Wir wissen, dass sowohl die USA als auch Großbritannien massenhaft Daten in Deutschland und überall in der Welt abgreifen. Es gibt zurzeit offensichtlich keinen freien Datenverkehr im Internet. Es gibt zurzeit offensichtlich keinen wirklich unbeobachteten Kommunikationsverkehr, auch mit Mobiltelefonen. Das kann und darf nicht richtig sein und die Bundesregierung ist aufgerufen, endlich die Rechte auch der deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu schützen. Sie selbst hat es nicht vor, sie braucht eine ganz klare Erinnerung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zusammen am 7. September für Freiheit statt Angst demonstrieren. Kommt nach Berlin, kommt zur Demo.